Wunderschönen guten Tag zusammen, hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Profi, den Peats mit Robot Fights. Heute spielen wir Autoscooter. Wieder mit dabei sind natürlich Bram, Sepp, Peter und Jay. Hi. Hallo. Und es gibt mit einer Mod, gibt es diese wunderschönen Blöcke, einmal in pink und einmal in grün. Und wir werden heute diese Grundkonstruktion hier nehmen, die Dennis und Martin getestet haben, bezüglich ihrer Eigenschaften. Ja, das Ganze sieht dann so aus. Jeder von uns wird dieses Auto, also jeder von den anderen, wird dieses Auto haben. Wird dieses nicht allzu sehr verändern in Sachen Geschwindigkeit, also keine Motoren anschließen oder Schubdüsen oder sonst irgendwie was. Denn, wenn man normal mit so einem Pimmel-Elektromotor dagegen fährt, passiert schon das. Das sieht jetzt nicht ganz so spektakulär aus, aber... Das wird noch. Da habe ich vier Fahrzeuge vor, die alle diese grünen Dinger drüber rüber haben. Ja, genau. Denn das kommt dann ungefähr zu der lila Variante und die ist schon ein bisschen heftiger, deswegen haben wir die nicht genommen. Vielleicht nehmen wir die nächstes Mal oder ein andermal, aber... Das wird lustig. Wir haben schon Leute gehabt, die bis ans Ende der Map geflogen sind und... Ja. Jeder hat heute dann fünf Leben, denn es ist sehr viel einfacher aus der Arena zu fliegen. Geht auch nicht um den Sitz, sondern mit einem Teil hier raus ist dann ein Leben weniger. Denn man hat ja auch diese wunderschöne Bandi hier. Und der Flabber ist auch so geil. Ja. Ja. Ich wollte den Flabber haben. Mega geil. Unbedingt. Und dieses Fliegerauto. Das war unlogisch. Nein. Flabber nicht. Flabber war okay. Flabber Energie. Das war komisch. Völliger Hubung, ey. Scheiß. Ja, okay. Also 30 Minuten Bauzeit laufende. Drei, zwei, eins, jetzt. Okay. Wir geben den Jungs mal wieder zwei Minuten Zeit. Ja, also das Ganze sah relativ unspektakulär aus. Ja, gebe ich ja zu. Aber, wenn wir die Elektromotorleistung erhöhen oder vielleicht mal zwei Schubdüsen hier drauf klatschen. What the fuck? Dieser Block ist unsichtbar. Nein. Kann man noch nicht hören, oder? Nein. Ich könnte Sepp einbauen. Puh. Das behindert. Scheiße, wo sind die denn jetzt? Das könnte kräftig Ärger geben. Alter, ist das Kacke. So, schnell weg. Das soll ich ja auch nicht sehen, bevor der wiederkommt. Ja, eventuell kriegt Sepp, ne, wenn er da gleich wieder rumweint. Zurecht. Zwei, drei Minuten mehr. Ich will den jetzt auch gleich zwei, drei Minuten da einfach dumm rumlaufen sehen. Ich muss reconnecten. Das kommt gleich hundertprozentig. Oh, ich muss schnell da oben. Alter, ist halt, ne. Wer weg ist, der muss leiden. Der hat doch noch nix gemacht, der Junge, oder? Weiter geht's. So. Das ist natürlich jetzt belastend, dass der Junge nur inbaut. Aber irgendwann muss der da raus. Und ich werde da sein. Oh, Gott, es scheint irgendwas anzustellen. Fuck, haben wir das gesehen? Ich warte jetzt hier so lange, bis der Junge gegen ne scheiß Wand läuft. Hä? Da muss doch ne Wand sein. Oh, jetzt ist er rausgekommen. Kann ich mir weiterlaufen? Hä? Hä? Wann? Wieso kann der denn Sachen da dran bauen? Hä? Ich hab doch die Wand da platziert. Hä? Ich hab doch die Wand da platziert. Hä? Hä? Ich muss es sogar sehr reconnecten. Machen wir Pause so lange. Na gut. Warte mal. Ich habe meinen Spaß mit Sepp gehabt. 25 Minuten noch. Der Junge kann weiterbauen. Alles gut. So. Hat aber schön. Gucken wir mal, was Bram denn so macht. Der hat jetzt viel Zeit gehabt. Tatsächlich hat er die Autos ja mit Martin entworfen. Und die beiden mussten auch testen. Denn ansonsten... Achso, das kann ich euch ja mal zeigen. Warte mal, bevor wir zu den Jungs gehen. Zeit habe ich geschrieben. Wollte ich ja noch hier die zwei Schublüsen demonstrieren. Was da passiert. Also ich habe Fliegerautos. Ich würde den Elektromotor glaube ich sogar gar nicht benutzen. Warte. Hui. Ich habe nicht ganz so gut getroffen. Zum Glück. Das Schöne ist, was gleich passieren wird, ist das. Da freue ich mich sehr drauf. Ich bin gespannt, was die Jungs hier für Problemlösungen haben. Violette haben wir deswegen nicht genommen. Weil man damit noch mehr Spaß haben kann. Offensichtlich. Denn violette ist die noch krassere Form. Ich weiß gar nicht, wieso ist denn mein Auto jetzt überhaupt so schnell? Achso, ich habe den Motor hochgestellt. Ne, warte mal. Ja, gleiche Einstellung. Das ist schon heftiger. Also sehr viel heftiger. Und das Ganze dann gleich mal fünf. Warte mal. Dieser Scheiß-Elektromotor. Oh. Da haben wir mal die Schubwüsen festgemacht. Oh. Na ja, auf jeden Fall wird's krass. Ja. Yo. Yo. Komm schon. Tschüss. Wait, what? Hä? Okay. Hey! Bleib hier! Alter, da könnten wir echt so eine Folge werden. Hä? Wieso verschwindet der denn hin und wieder? Okay, ich muss den vielleicht doch löschen. Könnte Probleme geben. Aber, da sehe ich doch eine Harry Potter Folge irgendwie von den Leuten, die den Schnatz fangen müssen. Äh, 21 Minuten noch. So, jetzt müssen wir mal langsam mal gucken gehen. Bei Bram wollte ich anfangen. Heute gehen wir danach im Uhrzeigersinn weiter. Okay, was hat Bram sich überlegt? Ist das das Musterfahrzeug heute? Gucken wir mal. Ja, das sieht sehr deeskalierend aus. Genau, darum geht es. Schade eigentlich. Willst du nicht, willst du nicht an die Arme oben so einen kleinen grünen Block da machen? Ja, da habe ich ja nicht. Das wäre doch was. Ja, bin ich ja mal gespannt. Du könntest, warte mal, du könntest versuchen. Du könntest, warte mal kurz was anmalen. Moment, Moment. Hä, das ist nicht die gleiche Farbe. Das ist mal troll. Kannst du erst mal J-Triggern. Das dürfen wir nicht. Aber gibt es vielleicht ein anderes Material? Äh. Die Farbe ist eine ganz andere. Die Neon kriegst du nicht hin. Schade. Einfach ein ganzes Auto in der Farbe machen. Warte mal. Andere Idee? Ja. Alles klar. Du kannst einfach in die Arme so machen. Ja, wobei doch, das Holz zieht aber. Ja, egal. Aber ich will dich auch nicht vom Bauern hier großartig abhalten. Ja. Ja, ist gut. Das habe ich mir selbst schon getan. Äh. Bist du fast fertig? Krass. Ja, ich habe eben mal so einen so einen so einen Pinkenflummi losgeschickt. Der geht schon ein bisschen mehr ab. Der verschwindet aber auch manchmal. Das ist ein bisschen schade. Also Pink ist doch zu krass. Ja, Pink ist auf jeden Fall zu krass. Also der hat mit einem einem Block, der durch die Gegend springt, dann schon Probleme. Der verschwindet halt hin und wieder und wird unsichtbar. Aber die unsichtbaren Wände muss ich sagen, sind tatsächlich, die unsichtbaren Blöcke sind sehr tricky, weil die kannst du halt eigentlich anmalen. Äh. Die findest du, wenn du nicht weißt, wo die sind, nie wieder. Naja. So, dann den letzten noch. Dann hast du es im Endeffekt zwei, doch zwei, nee drei, die sich ausfahren, oder? Vier. Vier sogar. Okay. Eins, zwei, drei, ah ja, vier. Ja, wobei, weißt du, dann gehe ich direkt mal gucken. Also, es ist Halbzeit. Dann gehe ich mal gucken, wenn Jay da gemacht hat. Nicht, dass der gleich wieder hier Sachen hat. Dann, dann müssen wir doch gegen den Uhrzeigersinn laufen. Ich muss mir das bei Jay mal angucken. Nicht, dass ich dem da jetzt irgendwas Falsches gesagt habe. Von wegen, du musst immer treffbar sein. Ich glaube, im Endeffekt, wie viel hat er dadurch verloren? Drei Minuten. Wenn er das jetzt falsch aufgefasst hat, kriegt er die halt oben drauf. Wieso habe ich jetzt Schluck auf? Was ist denn für eine Pommesgabel? Ja, das wird noch. Muss man mal überlegen. Ich will damit die Leute halt im Zweifel wegschieben. Achso, achso. Ich dachte, du wolltest dich damit fangen. Ja, das kann ich natürlich auch. Alter. Das ist ja massive. Aber wie machen wir das jetzt noch besser? Vielmehr kann ich gar nicht voraus da sein. Das ist echt groß. Ach, du wolltest an den Seiten dir. Das hatte ich falsch verstanden. Du wolltest dich an den Seiten. Ja, genau. Ich hätte das noch halt seitlich rüber hinausragen lassen. Aber das habe ich jetzt halt extra nicht gemacht. Ja, genau. Das war halt meine Frage, weil das wusste ich jetzt nicht. So, verbinden wir den Scheiß mal, damit das auch mächtig ist. Ich glaube, das ist auch, das sieht schon mächtig aus. So. Hey, guck mal, vielleicht funktioniert das ja mit dem Backbouncen. Vielleicht funktioniert das auch gar nicht. Ich glaube, das funktioniert bei vier Autos ziemlich gut. Mhm, mit Sicherheit. das würde schon ganz gut sein, dass wir die Wände zulassen. Die Wände sind schon ganz gut gewesen. Also, gut gemacht, Martin, von Anfang an. Was ist das denn? Ich habe jetzt alle zehn Stationen miteinander verbunden. Das ist jetzt ein Stück. Dadurch ist es jetzt sehr mächtig geworden. Damit schiebe ich jetzt ziemlich alles weg. Wenn ich jetzt wahrscheinlich gegen die Wand mache, schiebe ich mein Auto weg. Mal gucken. Ja, locker. Wenn ich dagegen fahre, wahrscheinlich da keine Chance. Ja, sieht doch ganz schön aus. Ich gehe mal bei, ne, ich muss mal bei Sepp gucken gehen. Mal sehen. Mal sehen. Ich muss ihm die Blocke doch mal wegmachen. Bis später. Ciao. Ja, vielleicht müssen wir doch mal zu Sepp einfach mal so ein bisschen kontrollieren, wie sehr der da eingeschränkt ist. Mal die Blocke wegspringen. Die Zeit vergeht aber auch so schnell. Er war halt trotzdem direkt daneben. Warte mal, wo war denn der Spaß jetzt? Hier. Hier hatte ich nichts gemacht zu der Seite. Hier ist die Ecke. Mensch. Hallo. Hey. Alter. Alter, das ist genau die richtige... Was ist das denn? Wieso tut er das? Versuche ich gerade so eine Logik-Schaltung aufzubauen, aber... Was macht die? Ganz zufrieden bin ich da noch nicht. Theoretisch macht die, dass ich hier super viele Sachen machen kann, gleichzeitig. Aber, ich wollte das so sicher bauen, dass quasi ich niemals über diesen grünen Bereich kann, weil ich habe mehrere Sachen, die ich machen kann. Ich kann drei... drei Modi habe ich quasi. Okay. Also, ich kann einmal das hier oben ausfahren. Dann kann ich das ausfahren zur Seite und dann halt noch das... So. So. Also, noch einmal bippeln. Ja, ja. Jetzt bin ich gerade am gucken, wie ich das baue, dass quasi, egal was ich für einen Knopf drücke, dass die Kombination, die nicht passieren darf, niemals passieren kann. Welches? Die, die nie passieren darf? Äh, eins und drei. Also, dass ich sowohl das hier habe, als auch das hier. Okay. Ja, gut. Und jetzt gerade funktioniert das irgendwie. Das ist super. Das war nicht ganz so, wie ich mir das vorgestellt habe, aber jetzt so für die... Ich muss ja noch ein bisschen was anderes bauen. Es ist eigentlich ganz okay. Also, ihr habt da mit Verneinung gearbeitet, mit Und-Und-Oder-Gatter, aber... Na, jetzt ist doof. Das darf halt nicht passieren. Wieso nicht? Ja, weil jetzt ragt er ja über den grünen Bereich hinaus. Ah, ach so, vor der Höhe. Ja, das stimmt. Ja, genau. Keine, warum macht er das? Das sieht ein bisschen aus wie bei Lego-Technik gerade. Ja. Wieso tut er das? Das darf er doch nicht. Mann. Okay, wie ist es der standardmäßig denn an? Der ist an, wenn er aus ist und der ist immer an. Ah, wenn einer an. Ah, okay. muss das funktionieren. Ja, wir stellen hier nachher mal eine Bombe hin und dann sprengen wir hier mal eine Runde. Ja, also ich weiß auch nicht, was hier vorne für ein komischer, unsichtbarer Block ist. Das ist irgendwie eigenartig. Ich habe angefangen so zu bauen und dann denke ich so, hey, was ist hier nicht richtig? Stehe ich auch nicht. Dürfen nicht 1 und 3 an sein. Ne, darf nicht passieren. Äh, äh, Notfall. Oh mein Gott. Ne, das ist nicht schlimm, das ist nicht schlimm, Christian. Alles gut. Wir können das zusammenschweißen. Gut, dass ich das zusammengeschweißt habe. Du musst wieder den Hammer in die Hand nehmen. Puh. Oh, da wäre jetzt da wäre jetzt nicht gewesen. ich weiß, ich weiß, aber das ist klapp gewesen. Ich weiß auch nicht, warum ich manchmal einfach rechtsklick drücke, das ist total seltsam. Ähm. Jetzt ist hier wieder dieser unsichtbare Block im Weg. Was soll ich das? Ja, du musst jetzt ungefähr hier hingehen. Hier ist super. Gab es das schon mal? Weil irgendwie wusstest du das, ja? So, hier. Weiß Ende. Oder, oder woher kommt das? Weiß ich nicht, woher das kommt. Keine Ahnung. Komisch. Wo kannst du halt schon hin? Also sechs Minuten, hast du dafür noch Zeit? Jo, danke, danke. Oh Mann, Da brauche ich doch zwei Signale. So. Okay, Peter fehlt noch. Ich weiß nicht ganz, ob es jetzt gerade einfach auch ein bisschen rumgetrollt hat, aber vielleicht hat er den Chat einfach nicht gelesen. Kann natürlich sein. Äh, und die unsichtbaren Blöcke haben wir eigentlich normalerweise auch nicht. Ähm. Peter fehlt noch und Peter scheint irgendwie weit weg geflogen zu sein. Da hinten ist Peter. Hallo. Hallo. Bei dir muss ich auch mal gucken, komm. Äh. Wo bist du? Versteckt. Ich höre dich aber. Wo bin ich? Da. Oh, leu. Oh, du hast schon gemalt. Du bist schon fertig. Leu. Ja, easy. Hallo. Ich grüße dich. Ja, ich bin fertig. Weil, easy. Pass auf. Dadurch, dass ich mir am Anfang die Dinger habe ich mir gebaut, das hat natürlich ein bisschen gedauert und dann habe ich festgestellt, okay, dadurch hast du jetzt nicht mehr viel Platz. Weil, alles da drüber und da drunter geht ja nicht mehr. und dann habe ich mir überlegt, äh, was kannst du noch machen? Und dann... Hast du dir gedacht, geh ich mal zu trinken holen? Ja. Willst du mir zugeben, dann machst du so ein bisschen Inspiration, wie ich diese zwei kleinen Blöcke in der Mitte noch vernünftig nutze. Aber, manchmal ist weniger ja auch mal mehr, ne? Also, so fühle ich mich heute auch. Ähm, dass ich die anderen einfach auch gar nicht so richtig als Gegner sehe, sondern die einfach wegmachen werde. Ja, okay. Dann fähr dich immer hier. Okay, Bram ist auch fertig. Bram sieht das genauso. Ja, Bram ist schon länger fertig. Ich stehe standhaft gegen den Falt. Das ist ja cool. Ja, das sind doch nur noch dreieinhalb Minuten. Ah, 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 ah. Cool. Dann werde ich mir gleich angucken, was dann alle so gebaut haben. Ähm, oh, bis gleich. Bis gleich. Ja, gut. Also, dann hat Bram doch nicht so den Mega-Vorteil, weil er halt schon wusste, was da ungefähr wichtig ist. Hier, da ist auch schon so früh fertig. Jay hat auch so in die Richtung gebaut, nur oben dran. Jay hat's, glaube ich, äh, Sepp hat's als einziger zur Seite gemacht und nicht genau unten drunter oder nach vorne. Ähm, versucht sich da aber in den ganzen Logik-Gattern, was ich ganz cool finde. Mal gucken, was dabei rumkommt. Geben wir denen mal jetzt zwei Minuten Feinschliff Zeit. Peter und Bram sind ja fertig, deswegen gucken wir eben noch schnell, Sepp, der wird da, der wird da an den, äh, Logik-Gattern rumspielen. Schätz ich mal die letzten zwei Minuten. Gucken wir mal, ob Jay noch was gemacht hat. Ne, Moment, guck mal gleich erst. Dann gucken wir gleich jetzt, wenn alles fertig ist. Ähm, ich fände es eigentlich ganz geil, wenn wir ein Käfig gehabt hätten. Also wenn hier oben auch nochmal alles zu ist und die dann so richtig schön bouncen können, weil wenn du halt oben dran haust, haust du schneller nach unten und dann geht die Party ab. Ha. Ha. Na, egal. So, die letzten zwei Minuten warten wir noch. Was hat Bram noch gemacht? Der hat wahrscheinlich gemalt. Wobei, der hat eben schon gemalt. Oh, der hat es auch schon abgespeichert. Was treibst du da oben schon wieder? Warten. Oh, da ist das in der Hand der Kartoffelkanon. Ich sehe dich. Ja, damit ich zoomen kann. Ja, damit ich zoomen kann. Ah. Der ist ja mega smart von dir. Ja. Da ist der Rest. Da, 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 da. Hallo. Willst du die Fahrzeuge speichern und rankommen. Ich komme. Geil. Dann spring ich. Dann spring ich hier eben runter. Brennst? Ja, die unsichtbaren Blöcke muss ich wieder finden, die ich hier hingebaut habe. Ach, du hattest sie hier hingebaut. Ja, werf Karls. Der wird eingebaut. Ha! So. Und du findest die halt... Also, ich habe versucht, die einzufärben. Das geht halt auch nicht. Ich hoffe mal, man kann die sprengen. Ja, scheinbar. Okay, man kann die sprengen. Naja, gut. Kommen wir zum heutigen Fahrzeug. Ich glaube, Bram war jetzt erst doch fertig. Zeig mal her, was hast du hier gebaut. Bramann, du geile Schuss. Was? Das ist sehr schön. Wie geht das fast denn? Hast du eine Disco-Coo? Also, du hast ein Disco-Scooter. Wieso hast du das noch da oben? Ach, Leute, das ist der Finger. Okay, alles klar. Da ist der Finger halt drin. Ja, gut. Ja, klar, nur kompakt. Weil, äh, fiel eigentlich ganz nett. Kann ein paar Sachen ausfahren. Ja, schaut gut aus. Gucken wir mal nachher, weil er ausfahren kann. Ich finde die Disco-Atmosphäre sehr schön. Ja, du ragst nicht mal irgendwo rum. Okay. Ja, doch. Ich kann halt den hier machen, oder? Ach so, ja, okay. Meine eine Seite. Okay, Sepp. Hast du mit den Logik-Göttern noch hingekriegt? Das ist unfassbar. Das ist so gut geworden. Hä, kannst du das noch mal starten, Bram? Let's Dance? Ne, ne, ne. Da vorne ragen. Stopp. Ah, okay. Das sah erst so aus, als ob das nach unten runterragen würde. Da würde ich gerade fragen, ob das erlaubt wäre. Bin ich ja mal gespannt. Ja, das ist da drin. Jay, du kennst mich doch. Das hat ne ganz... Flappy Bird. Flappy Bird haben wir am stark. Oh mein Gott, das ist echt Tier rausgemacht. What the fuck? Also das heißt... Das ist auch so nach dem Prinzip gebaut, Hauptsache, möglichst viele Ecken drehen können, oder? Ja. What the fuck? Ich habe überlegt, ich muss unbedingt ganz viel drehen, aber dann kam ich auf die Problematik, dass bestimmte Kombinationen halt nicht gut sind, weil die dann da drüber ragen würden. Zum Beispiel, wenn ich jetzt den Kopf ausfahren würde, dann würde der, weißt du, das würde der nach unten zeigen und jetzt habe ich eine Logik gebaut, dass der das verhindert, dass der den Kopf ausfährt. Sobald der Erste ausgefahren ist, kann halt der Dritte nicht ausgefahren werden. Das ist ein Ding nicht angemalt hier. Das musst du, um dich zu triggern. Okay, ich habe Flappy Bird gemacht. Ja, ich glaube es ist alles. Also vor allem auch mit den Logikgattern, finde ich ganz schön. Richtig cool. Und ist auch noch irgendwie so ein komischer Vogel. Und jeder macht einen komischen Vogel. Ja, finde ich super. Also mal gucken, du hast das auch zur Seite gemacht. Jo, stimmt. Das sehe ich ja jetzt erst. Ja. Soll ich nur Let's Dance, ja? Schade, ich dabei gedacht habe. Ja, mal gucken. Wie viel heute gedanzt wird. Peter, war das zu eng. So aus. Okay. Alles klar. Ich habe gebaut. Ein Red Flubber. Das sind immer noch Flubbers. Keiner von euch hat die Flubbers angemalt. Das ist mir aufgefallen. Ja, Flappy Bird hat ja auch die grünen Tube, den er überspringen muss. Ach shit. Alter, was hast du denn da? Was ist das denn? Ist das so ein Racingwagen oder was machen die Zäune so? Wie sieht das schnittig aus? Also ist das Design oder hat das Funktionen? Ja, das werdet ihr dann herausfinden. Meine geilen Funktionen, die will ich euch jetzt noch nicht präsentieren. Aber ich rage niemals irgendwo rüber. Das kann ich euch wohl schon mal sagen. Aha. Ja, wobei, das stimmt. Okay, okay. Du brauchst jetzt keine Logik. Aha. Ach so, okay. Ich brauchte keine Logik, Gata. Das ist richtig. Sehr gut. Ja, nice. Das ist doch schon mal schön. Sieht ganz schön aus. Jay, bring ich zum Gän. Dann zeig uns mal dein Auto. Alles klar, Jay. Bei mir gibt es auf jeden Fall nicht so viel mit Logik. Ah, denn ich habe... Das erwarten wir von dir auch nicht. Aber dafür mehr Gewalt. Ach egal, Pete, gebaut. Oh mein Gott, du hast wirklich... Warte. Dein A-Egal, Pete. Was denn? A-Egal, Pete. Was ist das denn? Ist das nicht A-Egal, Pete? Ich weiß nicht, was A-Egal ist. Ist das nicht so, wenn er die Zunge rausstreckt? Hat der nicht. Stimmt, steht in die andere Fülle. Ich habe halt so ein Bild von Peter genommen, was ich gefunden habe im Internet. Da habe ich dann versucht nachzumachen. Und wie kannst du auf A-Egal? Ist A-Egal nicht das, wo man die Zunge rausstreckt, um sexuell zu wirken oder so was? Ich glaube nicht. Ich habe keine Ahnung. Ist das nicht? Okay, nein. Das weiß ja nicht mal ich. Nee, ich auch. A-Egal. Du meinst A-Egal? A-E... Okay, A-E... Ich dachte, das wäre jetzt A-Egal. Okay, vielleicht A-Egal? Erst mal ein Porno angucken. A-Egal! Natürlich A-Egal, Piet. So, das ist das. Entschuldigung. Ja, Alter, keine Ahnung, was das ist. A-Egal, Piet. Selbst das sagt mir nichts. Du musst so geile Videospiele spielen, so wie ich. Das ist das Schöne, aber ich habe gerade mal nach A-Egal gegoogelt. Dann habe ich mir gedacht, guckst du mal nach dem Hashtag... Das ist das Spiel davon, ne? Nach dem Hashtag A-Egal. Ey, das Spiel heißt nicht A-Egal. Der erste Treffer bei Top auf Twitter mit A-Egal ist hier ein Screenshot von Porno der aktuellen Trends. Hat mir ein Kollege geschickt. Glaube, at Pete's Meet hat die Trends mit seinem Wichtel-Video ein bisschen gepusht. Hashtag A-Egal. Doch, das Video, das Spiel hieß A-Egal. Ja, genau. Deswegen dachte ich, dass die Bühne auch A-Egal heißen. Aber ich habe A-Egal, Piet. Ja, sieht ganz schön aus. Ja, finde ich auch. Hast du es schön gemacht. Ich fühle mich direkt hier. Hab ich dich gut getroffen, oder? Geil. Ja. Ich fühle mich direkt... Glaube, ich wohne in Jace's Kopf. Also heute hat jeder... Na, ich wohne in Jace's Kopf. Ich fahr doch. Äh, in Peters Kopf. Ja, aber ich wohne in deinem Kopf, weil du so häufig an mich denkst. Das finde ich auch ganz gut. Ihr seid ja eklig. Ähm. Fünf Leben hat heute jeder. Und egal, mit welchem Teil du den Boden berührst... Ah, egal. Ah, egal, ja. Alles ah, egal. Da steht noch ein... Peter will los! Das stimmt, da steht noch... Da steht noch... Weiß ist es nicht. Jemand hat es vergessen. Das wäre toll, wenn jemand abbauen kann und ich dafür jetzt nicht extra runter muss. Na, das ist nicht meins. Das war Jace. Let den... Lappi! Diese Spring-Jace so. Der ist wahrscheinlich kurz beim Absetzen Hormonen gekommen mit den... ...löckchen. Ja gut, also, kommen wir mal heute zum Autoscooter. Erste Runde, ich bin sehr gespannt. Ich glaube, das wird abgefahren. Und deswegen würde ich sagen, gehen wir mal los. In 3, 2, 1, go! Weiß nicht, ob nach unten so eine gute Idee ist. Erstmal testen, was jetzt passiert. Ich bin echt gespannt, was passiert. Ich bin echt gespannt, was passiert. Boom! Ja, cool. Oh, gooo! Oh, what the fuck! Ey, ist doch gar nichts passiert, Leute. Erstmal... Okay. Ja, ist doch gar nichts passiert. Egal, Pete. Aber es wird schwierig, hinterher zu kommen, wer wohin fliegt, glaube ich, wenn einmal alle durch die Gegend eiern. So, Peter gegen... Oh, Gott! Oh, Gott! Da hat es immer... Easy! What the fuck! Eigau-Pied hat hier... Eigau-Pied. Richtig die Zunge rausgeschneckt. Oh, Gott, ey, da bin ich aber richtig weggelutscht. Eigau-Pied hat einfach den Prozess gemacht. Eieieiei... Eieiei... 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 Juhu! Oh! Hehehehe... Der dümmste Name, der den gibt, ey. Das sieht so aus. Das wird ja... Das wird ja schon irgendwie... Habt Angst! Oh, Gott. Oh, Gott. Haha, dein Auto flippt dabei. Hahaha, das ist schön. Okay, Zip hat noch vier Leben, alle anderen noch fünf. Machen wir weiter. Nächste Runde. Drei, zwei, eins, go! Ich bin... Ah, egal, Pete. Okay, da ist es ausgefahren. Flappy-Bee! Also... Ah, ich bin wieder eingefahren! Oh, Gott. Alles gut. Oh, Bram-Titsch. Bram-Titsch. Ich bin dabei! Nein, ich bin... Oh! Ah, egal, Pete! Da ist noch alle drin. Oh, jetzt ist Bram an der Bande angekommen. Das könnte auch belastend sein. Oh, oh. Oh, Gott! Oh, J-Flip! Haha, jetzt... Oh mein Gott, da ist jemand richtig weg! Oh, Bram! Fliegen alle! Oh, Bram! Oh, Bram! Oh, Bram hat den Boden berührt! Ja. Ja, okay. Ja. Jetzt aber auch noch. Oh! Oh! Immer noch! Immer noch! Immer noch! Ja, so ist es gut! Oh, weil... Oh Gott! Das geht nicht, Schade! Ich dachte, die kann doch irgendwie irgendwie drüber... Oh Gott, ey! Oh mein Gott! Oh mein Gott, man darf nicht... Oh Mann, ey! Ich weiß gar nicht, Peter kannst du springen. Ja. Hui! Krass. Ja, Bussi und Bram kann auch springen. Ja, wir springen jetzt... Schleppi kann das nicht. Okay, Bram uns einfach mit ihrem ersten Leben gelassen. Jay und Peter sind noch voll dabei. Nächste Runde. 3, 2, 1... Peter und Peter quasi. Ja, Peter und Peter. Boah, ich seh mich heute gewinnen auf irgendeine Art und Weise. Alle in die Mitte! Oh Gott! Oh Gott! Oh Mann! Wee! Attacke! Attacke! Alle zusammen! Los! Oh! Ja Mann! Das funktioniert richtig gut! Ich glaub ich bin raus. Ich glaub ich bin auch raus. Ja, aber ich weiß... Ich weiß aber nicht, ob Sepp den Boden berührt hat. Dann wäre ein Peter einfach noch... ...bis den Meppen Süd geflogen. Ich bin hinter dem Zeichen von Sepp... Ach, Bram bist du an! What the... What the fuck? Also ich bin nur noch alleine drin gewesen. Ich hab einfach... Ich hab einfach ne Fehlermeldung gekriegt. You're playing the game wrong. Bin zu Sepps Bauplatz teleportiert worden. Warte, warte mal. Das muss ich mir nochmal angucken. Das sei mir abgefallen. You are playing the game wrong. Ich hab gar nicht mitbekommen, da sind drei Leute rausgeflogen. Nice. Hab ich mir nix gesagt. Ja doch, Bram hab ich gesehen. Ich dachte, das wär Peter gewesen. Okay, Operation Willkür hat ergeben. Dadurch, dass Peter, beziehungsweise Ahegao Piet, mir genau vor die Nase gesprungen ist, konnte ich nicht sehen, ob Sepp oder Bram den Boden zuerst berührt hat. Und deswegen machen wir das ganze einfach nochmal. Okay. Bin ich okay. Also Sepp war bei 4, Bram war bei 4, Jay und Peter noch bei 5. Nächste Runde. 3, 2, 1, go. So. Man muss nur der erste in der Mitte sein. Oh mein Gott. Oh, 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 oh. Er weiß nicht ob das so gut ist. Komm Ahegao Piet, jag dich. Jay verfolgt. Ich will nicht fressen. Oh shit. Oh mein Gott. Jetzt geht's ab Oh mein Gott Was passiert hier? Ich bin mir nicht sicher Was passiert hier? Warte mal, wo ist der vierte? Ich bin so weit oben Ich kann das überhaupt Da ist Jay und Ali Wer wird zuerst im Boden, woran ich glaube Es wird Jay Aber Jason erinnert Nein Jetzt bin ich auf dem Boden angekommen Der ist einfach in der Arena gelandet Egal ist das denn bitte Egal Pete Vor allem wie schnell bist du weggeflogen Ich hab gar nichts mehr Einfach nur so 1 Frame Ich hab nur noch 3 Leute gesehen 1 Frame war ich plötzlich 1000 Meter hoch Ich hab nur noch 3 Leute gesehen Wenn Peter nicht gesagt hätte, ich bin Also ich hätte dich nicht gefunden, weil du warst einfach weg What the fuck Bist du in Endlichkeit Alter, war deine Lackscheiße jetzt Was Ich komme Moment, ich bin ein bisschen weit weggeflogen Oh scheiße Jetzt hab ich ja noch ausgesperrt Okay, ready Jetzt ist Jay der letzte, der noch 5 Leben hat Alle anderen noch 4 Und weiter geht's Fick ich erst mal den Boden denn, ich bin ein Eilgau-Piet Achso Oh was Easy, easy Oh Gott Oh ja Nein Peter, nein Peter Oh Gott Jetzt Alles easy Scheiße Jetzt geht's zwischen Eilgau-Piet und Piet ab Nein Wir müssen Eilgau-Piet wegmachen Der versucht sich zu wehren, ist dadurch in Schräglage geraten Ich weiß nicht ob das so gut ist Oh mein Gott, oh mein Gott Oh mein Gott Gleich fliegt wieder einer weg, Leute Gleich fliegt wieder einer, ich seht schon Oh Gott Oh was Peter ist unter Eilgau-Piet Alle werden geflogen Oh jetzt Oh shit Oh shit Okay Eilgau-Piet liegt auf der Arena Peter ist raus Okay Jay liegt auf der Bande What? Oh mein Gott Tschüss Okay, also, Peter hat ein Leben verloren Ich bin einfach vom Surfer geflogen Ich bin einfach vom Surfer geflogen Peter liegt Peter ist raus gewesen, hat ein Leben verloren Jay liegt auf der Bande Und mein Spiel ist gecrashed Mario ist auch immer einfach das Spiel komplett zerfickt Wir haben das getestet Das funktioniert doch richtig gut im Spiel Aber halt mit vier Leuten Mhm Okay, Spiel zum ersten Mal gecrashed Peter hat ein Leben verloren Der hat jetzt noch drei Sepp und Bram haben noch vier Jay hat noch fünf Gott Das sind doch einige crashes Ist noch ein bisschen Ich hab immer das Gefühl, ne Wenn die Frames runter gehen Sobald sich dann einer anfängt zu drehen Irgendwann Sind wir nur noch zu dritt In der Arena dann Mindestens Aber gut Machen wir mal die nächste Runde 3, 2, 1 Go Let's dance Yay Attacke Come on Oh Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Wo ist denn? Tschüss Aber wenn ich bei Jay lag auf dem Feld Dann bin ich noch drin, ne Hm What the fuck Hier Einfach alle in die Mitte Und einer ist weg dann halt So Ich seh den nicht mehr wegfliegen Der ist einfach weg Das Schöne ist Also ihr fahrt so langsam aufeinander zu Der sieht von oben weißt du So schneckenmäßig aus Und dann BAM Dann sieht man nur Sepps Schatten vor diesem kurvischen Huhn Irgendwo Ja dann heißt Peter und Sepp noch 3 leben Bram noch 4, Jay noch 5, nächste Runde 3, 2, 1 Go Mitte Mitte Die Mitte Warm Junge Warm Junge Der ist ja gar nix Sepp gleich die Schräglage aber zum Glück nichts passiert OI 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 Boomin Junge O мет O T O O O O O O O Oh mein Gott! Oh mein Gott! Du hast die Wand... What the fuck? Was steht mit der Wand? Ich bin dabei! Bei mir ist die Arena verschwunden Bei mir ist die Wand kippt Selbst die Wand kippt gerade Alles super Mein Auto war einfach zur Hälfte in der Wand Ja, das sah so aus Ich würde einmal kurz neu starten Bei mir sind die Wände weg Ja, bei mir auch Okay, dann mach ich nur den Server Alle sind wieder drin Wer mich nicht alles täuscht ist Peter gerade rausgeflogen Und wir haben es wieder geschafft das Spiel zu starten Peter hat nur noch 2 Leben Sepp hat noch 3 Bram noch 4 Jay noch 5 Nächste Runde, 3, 2, 1, go Ich hab mich wieder deinen Run-O-Man nachher Ja, das wird schwierig Ich glaub das ist Je nachdem wer bessere Auto hat Ja, aber wie will man denn hier ein besseres Auto haben? Besonders schnell wird man ja nicht Ne Alter Fick da Hey Algalpiet in die Ecke Nein Ich will nicht in die Ecke Ab in die Ecke Oh Gefällt Algalpiet nicht Alter Algalpiet Schieb mich einfach Algalpiet Oh Gott Oh Gott Oh Gott Oh Gott Wieso flicke ich immer Ciao Peter Ihr habt den Boden berührt Scheiße ey Ey Ich find das hier alles unfair Ich fühl mich nur gerecht verhandelt von Squirtle, kenn ich Ja Physik ist halt auch nicht dein Freund Ne das stimmt, wart noch nie Na ja platzier dich mal Peter Okay Für Peter geht es jetzt schon um die Wurst Denn der hat nur noch Ja ohne Witz ey Und Jay noch alle 5 hat Ich weiß jetzt nicht ne Guck mal, 3, 2, 1, go Attacke Mitte Oh Gott Oh Gott Oh Gott Oh Peter Oh Ui Ne 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 Wait So ein bisschen auf der Stelle Trotzdem geht A egal auf Peter Oh Peter ist auf A egal Pete Ja Jagd dich Oh Gott Beide sind weg Beide sind verschwunden Ich flieg noch Andere Dimension Ich flieg auch noch Ich weiß gar nichts Ich seh nix mehr Ich bin sowas los Ich weiß gar nicht Ich seh hier blau Das ist Jay Ich seh nur blau Ich seh immer noch nur blau Ich seh immer noch Oh Gott Also Jay seh ich Alter what the fuck Da hinten ja Da ganz hinten Ich flieg immer noch Ja aber Jay fliegt immer noch weg Ich glaub ich häng oben in der Wand der Welt Ne du fliegst noch weg Bei mir nicht Ich häng oben in der Wand der Welt Bei mir teleportiert er sich ganz schön viel Aber wie so ne Sternschnuppe eher Das ist aber schlecht wenn du in der Wand der Welt hängst Wieso würd ich da rauskriegen Wo ist Peter? Ja ich falle glaub ich oder? Ne Kann sein Wo ist Peter? Peter ist Ich seh Peter noch laut Bei mir eingeblendet Ja aber hier auch Ich weiß selber nicht wo ich bin Ich seh einfach nur blau um mich rum Und ich seh ne Wolke Ich glaub Peter ist auch so wie Jay in der Welt Also im Kosmos Vielleicht hängen die ineinander Peter wir haben die Schwerkraft geknackt Ja ihr müsst da jetzt weiter fighten im Ding Da schlägt er jetzt in den Berührung nicht im Boden Dann fliegt er theoretisch noch Ja Tun wir Wenn ihr wirklich in der Wenn ihr wirklich in der Welt drin hängt Ich steig mal aus Ja tu ja auch Ich steig mal aus Ich steig mal aus Okay ich entferne mich zumindest Das ist von meinem Ja das Problem ist halt Wir kriegen die Autos da oben noch nicht mehr weg Guck und wir lecken Mein Auto fliegt da oben noch Ne ich mein Neustart neu machen Wird da oben die ganze Zeit zerflattert Ist nicht immer so wo ist Peter eigentlich hin Also ich lande jetzt gleich am Boden mit meinen Füßen Das sorgt doch dafür dass die Frames ein bisschen im Sack sind Ja würde ich auch sagen Neustart oder? Ja wir müssen immer die Welt neu machen Wir haben es geschafft die Map wieder aufzubauen Ich glaub der aktuelle Status ist Peter noch ein Leben Sepp noch 2 Bram 3 Und J5 Ne Das hört sich irgendwie falsch an Ja Ich hatte glaube ich 3 Also wenn ich jetzt in letzter Zeit nichts verloren hab Du hattest 3 Genau Peter hatte 1 Du hattest 3 Bram 4 Und J5 Perfekt Gut Nächste Rolle 3 2 1 go Rein Nein Das geht So mal gucken wir jetzt wie du den Abgang machst Oh mein Gott Erstmal keiner Oh Bram Nicht in die Ecke bumsen lassen Oh mein Gott Oh Gott Oh Gott Ich fliege doch Wieso flieg ich auch Ja Weil du dich berührt haben Bzw. weil wir uns berührt haben Bram hat mich gebumst Darauf bin ich geflogen Und du bist dann halt weiter geflogen Nein Weil ich dich berührt hab Geil Gehts doch nicht Optimal gelaufen Der Server ist nicht abgestürzt Ja also Achso Noch nicht Ich komme wieder Keine Frage Nix passiert Wer hat denn als erstes den Boden berührt? Bram Man hat es wieder nicht sehen oder? Ja Bram Doch doch Das siehst du aber auch aus der Fallhöhe Du fällst ja eigentlich gleich schnell Das war eindeutig Ich musste sehr viel länger fallen als Bram Okay Keine Ahnung Hallo Hallo Hey Sinds wieder drin Ja das heißt Bram hat noch 3 Genauso wie Sepp Peter noch 1 Jay 5 Und weiter Äh äh ich Und wieder Peter Wuuuuh Oh nein Oh mein Gott ich hasse meinen Leben so sehr Aber Peter ist wieder drin Alle drin Alle sind drin gelandet Null Wack Ja stimmt Ja vor weiter Sepp macht noch eine Wobbelartange Ich fahr Ich fahr Und in die Ecke mit dir Hä? Tschüss Nein Oh ne Das ist nichts passiert Sepp fängt nicht an den Flummi zu machen Auf dem Rückliegen ist gar nicht so schlimm Sepp fängt nicht an den Flummi zu machen Ich bleib mal hier liegen Oh 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 ne Oh nein Tschüss Sepp Ich bleib mal da liegen Oh Mann ey Sagt Aigau Peter Aber nein Sieg durch nichts tun ist hier schwierig Dadurch ist Sepp runter auf 2 legen Oh Mann ey Oh Mann ey Wait Peter ist Achso Bin da Ja der Wagen war kurz verschwunden Ähm Dann komm André weitermachen Und 3, 2, 1 Wo sind eigentlich die Die coolen Schlägerjungen Ui Scheiße Oh mein Gott Oh Sebastian Nein 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 Bram So ein Tipp da auch Oh yes Bram Jetzt kommt es für dich Oh nein Jay Nicht in die Ecke Oh Gott Sepp fliegt Bram fliegt Uuuu Ja Bram ist hier Aber wieder drin Sepp ist mittlerweile raus Oh Mann Oh Gott Oh oh Was ist das denn los? Warte mal fehlt irgendwer Da hat sich grad ein Auto zusammengebaut Und wieder aufgebaut Macht ja nichts Ich hab das Gefühl Ah egal Pete ist zu sexy für diese Runde Naja das ist doch scheiße Okay bei mir ist Algar Pete richtig hart am Rumpwagen Ja connect immer neu Ja dann connect immer kurz neu Weil der steht da einfach nur dumm rum Okay also Peter Peter hat nur noch eins Sepp hat auch nur noch eins Bram hat noch drei Und Jay noch fünf Also gehen wir weiter Drei Zwo Eins Go Oh Gott Schandbild Leichtes antischen Wie immer am Anfang Wichtig ist danach Nicht gegen die Arena zu kommen In die Ecke Du wirst in die Ecke Oh Gott Oh mein Gott Nein Oh Peter Ach Mann ey Das war's für Peter Das war's für Peter für heute Peter ist noch da Ja stimmt Egal Pete ist noch da Ja ist okay Zähle ich als meinen Sieg Wenn der gewinnt Okay Macht halt Egal nur noch fünf Aber vielleicht So abschreckend Für die ganzen anderen Wagen Dass die halt immer weg springen Wenn sie sich berühren Vielleicht ist der nächste Schon Sepp Wer weiß Guck mal Nächste Runde Drei Zwo Eins Go Zumindest ist jetzt Treppchen schon für alle sicher Boom Oh oh Boom Oh oh Ja komm schieb mir zu Ach verdammt Zack Hehe Alter wie weit ich gegen Jay wegbounce Und er halt gar nicht ey das ist Oh nein Aber ein leichter Leichter Tätscher von Sepp Oh oh Alter Da musst du ja echt gucken dass du selber nicht drauf gehst bei Geht weg Ne Na hin da Nach rückwärts fahren tu ich auch Oh 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 제를 Mal rumgefahren Nichts passiert Alles gut So jetzt ab in die Ecke mit dir Bram Jetzt Ab in die Ecke mit dir Ja Nein Okay Ich glaub ihr beide seid beide weg Jetzt sind beide weg Bei mir in der Mitte Also auf meinem Bildschirm steht nur noch Bram Die Schriftart Was ist denn jetzt passiert Wo sind sie hin Jetzt haben sich unsere Bumper berührt Ich seh keinen Wo sind sie hin? Ich fliege. Ich habe keine Ahnung. Ich sehe jetzt gerade auch nur noch blau, so wie Peter vorhin. Ich bin auch in der Stratosphäre. Es sind einfach beide weg. Das Schöne ist, dass die Frames aber noch okay sind. Ja, also die können nicht in der Wand drin hängen. Mein Fahrzeug ist komplett, aber wirklich komplett zusammengebackt. Alle Stangen hängen gerade in Pits Fresse bei mir drin. Wo? Ich glaube aber nicht, dass ich runterfalle, ehrlich gesagt. Ich komme irgendwo auf in meiner Luft. Ich hänge auch irgendwo drin. Die Problematik habe ich schon mal irgendwo gehört. Ich kann aussteigen. Dann fällst du? Ja, ich fall gerade auf mein Auto drauf. Ja, das ist voll strange. Das hatte ich vorhin auch. Jetzt baut es sich nach oben. Warte mal, ich kann das fangen. Komm, ich fange das. Dann fliege ich runter damit. Komm. Ich habe es. Okay, ich habe es zumindest schon mal. Jetzt muss ich nur noch runterfallen. Dann kriege ich das gerettet. Komm. Komm. Ich habe es auch. Komm. Ha? Tschüss, Allgau-Piet. Okay, ich sehe immer noch keinen Boden. Ich sehe... Ich habe es auch nicht. Ich habe es auch nicht. Wenn du ins Nichts fällst, müssten wir die Map neu starten. Also ich sehe fast Allgau-Piet nicht mehr. Guck nach unten, sehe doch keinen Boden. Ja, ich bin mir auch so. Ich fliege immer noch. Ich glaube, ihr seid unter der Map. Ich glaube auch, ihr seid dann unter der Map. Ihr seid nicht unten geflogen, sondern runter. Ja. Und seid so schnell auch untergeflogen, dass ihr durch den Boden seid. Ja. Ja. Ich glaube, da kriege ich nach einem Neustart. Da kriege ich nach einem Summer-Neustart. Okay, wir haben die Map jetzt zum dritten Mal neu gebaut. Klug, wie wir sind. Oh nein, das heißt, der Knopf ist nicht da. Egal. Also. Jay, schöpft doch aus seinen vollen fünf Leben. Bram aus drei. Sepp nur noch eins. Geht los in drei, zwei, eins. Und... Wuhu! Äh. Der Finger, Junge. Äh. Äh. Okay, das... Warte, ich bleib mal hier stehen. Was passiert jetzt? Oh, jetzt... Jetzt machen wir... Jetzt machen wir... Guck mal, ey. Wie... In der Steam-Live passiert gar nichts. Nee, Jay bewegt sich quasi gar nicht. Oder nicht viel in Relation zu uns. Wir bouncen fast mehr weg als er. Also, Sepp, also dieses Gegeneinanderfahren ist ja generell nicht so fatal. Das Fatale ist, wenn du dann gegen die Wand kommst. Äh, dann ist das ein Problem. Wenn du die Arena-Wand haust. Das... Oder gegen einen anderen Wagen. Ja, das stimmt. Oder beides gleichzeitig. Das funktioniert auch. Weil du halt viel schneller bist als jetzt. Oh, ja. Oh. Oh, Alter. Das war knapp. Ab dazwischen. Schade. Oh, oh. Oh, weg mit Sepp. Oh, jetzt geht's los. Oh, nein. Oh, nein. Jetzt geht's los. Nee. Jetzt, aber... Nee. Konnte gegenlegen. Mit Wandelspielen hier. Alles gut. Ach komm, wieso kann ich... Das kann doch nicht sein. Das ist halt witzig, dadurch, dass ihr gleich schnell seid. Oh, tricksen. Da könnt ihr euch halt auch nicht so richtig verfolgen. Oh, oh. Oh, oh. Sieht aus wie so zwei alte Herren, die hintereinander hinschalten. Das ist halt das Problem. Juuu. Alter. Bram hat die Armlänge abgestimmt. Oh, jetzt. Oh, Gott. Okay. Sepp ist raus. J ist auch raus. J war, glaube ich, erster. Ich bin in der Luft. Oh, wo ich jetzt abgestückt bin. Ich bin bei Bram. Ich lande jetzt. Der unbeteiligte Zuschauer ist gekickt worden. Bram ist auf der Arena gelandet und J war mal nicht vor Sepp draußen. Das heißt, J hat nur noch vier Leben. Yes. Oh, wir haben J getötet. Nice. Ja, als ob... Oh, Bram. Ist halt einfach Glück. Wenn du J jetzt wieder wegkommst. Ah, nice. Ah, alle wieder da. Ne? Also. Ja, hoi. Bram drei, Sepp eins, J vier. Nächste Rolle. Drei, zwei, eins. Und... Wobble, wobble. Wobble, schwobble. Ich finde die Anläge von Wobble so nice. Der Abstand, Alter. So habe ich den Vorteil auch. So war er aber auch nicht gedacht. Was ist denn der J zum Vorteil? Oh, jetzt könnt ihr abgehen. Oh, oh. Oh, jetzt. Oh, ciao. Oh, Bram ist... Ich bin J drin und Sepp... Oh, oh, oh. Bounce ein bisschen ist immer liegen. Ich glaube, weil ihr euch gerettet habt, war, dass ihr innen da gewesen seid. Ähm. Okay. Okay, Bram hat sich verbuggt. Ich habe jetzt den J'schen Fortscheid, Mama. Sepp versucht noch aufzustehen. Und J... Oh, jetzt wird er wieder gegen die Bande drücken. Oh, nein. Da fliegt der Bram. Und... Kommt außen aus. Tschüss. Ja, da. Dann ist er raus. Dann gehörst du auch hin, da draußen. Na, jetzt. Ja. Ah, jetzt hat Sepp sich auch mal aufgestellt. Ja, endlich, ey. Ja, perfektes Timing. Dann stehen nämlich alle schon wieder. Ähm. Ja, damit hat Bram nur noch zwei Leben. Eins für J... Äh, eins für Sepp. Vier für J. Nächste Runde. Drei, zwei, eins. Äh. Äh. Oh, irgendwie guckt mein Huhn wie ein Schlaganfallopfer. Oh, der Finger ist jetzt in Peter, beziehungsweise in J. Äh, nicht ganz. Ja, alles gut. Nix passiert. Nix passiert, obwohl er... Ich weiß nicht, Peter. Alter, mein Huhn hat... Hat ne Querschnittslähmung. Ja, macht ja nix. Mal gucken, was jetzt passiert, wenn Bram gegen die Wand gedrückt wird. Äh, aber... Äh, der hat sich einfach aufgestellt. Was wird jetzt hier für... Für Wrestling-Moves gemacht? Da komm mal, Jay bounced so leider nicht auf der Seite. Schade. Aber da kommt Sepp. Bram ist in J. gebackt, aber jetzt... Oh, jetzt... Oh, jetzt... Jetzt geht's gleich richtig los. Ab geht die Party und die Party geht ab. Und ich sag... Oh, ich fliege. Okay, ne, noch nicht. Jay hat den Boden berührt. Und Bram liegt auf J. drauf. What the fuck? Nice. Oh Gott, ich fliege, oder? Oder auch nicht? Das funktioniert. Ey, ich kann euch mal versuchen... Könnt ihr euch trennen? Könnt ihr ausschalten? Ich kann sie versuchen zu trennen, warte mal. Ich kann da nicht raus. Oder? Ja, versuch mal, die da rauszuholen. Ich glaub, du musst nur Jay rausnehmen. Doch, oh, ich hab's. Jay hat's geschafft. Alles klar. Haha. Ja, brauchen wir jetzt gleich. Ich hab rausgefunden, wie es funktionieren kann. Dadurch hat Jay auch wieder ein Leben verloren. Ist jetzt nur noch bei drei. Ja, vielleicht geht da noch was für die anderen. Sepp nur noch bei eins. Der hält sich, finde ich, ziemlich tapfer. Wollert hat er schon lange. Dram nur noch zwei. Weiter geht's. Drei, zwei, eins. Nöt. Oh, da gucken wir jetzt hier wegfliegt. Da, zack, rein da. Oh, oh, oh. Oh, jetzt ist Dram dazwischen. Konnt aber ausweichen, der hat hier Sepp weggeflogen. What move? Easy. Oh, oh, nicht gut. Muss man auch passen hier. Weck die Sau. Ich stell mir grad vor, wer die Schubstüse inhält ist. Wie er ihn einfach flippt, die geile Wurz. Oh mein Gott. Okay, Ripp. Ihr seid weg. Ähm. Ich fliege. Da fliegt einer. Richtung, Richtung. Bram. Bram. Ich bin hinter Bram. Ja, ich seh dich. Und ich fliege. Ich bin gleich am Zaun. Ich bin gleich am Zaun. Und bam. Wo ist Jay? Ich pack noch durch den Boden bei mir. Jay ist da perfekt. Ja, keine Ahnung, wer da zuerst draußen war. Ach, dann müssen wir euch. Keine Ahnung. Dann müssen wir es halt nochmal wiederholen. Ja, müssen wir machen. Geil. Alle da. Okay, also da wir überhaupt nicht erkennen konnten, was Sache war, ist Sepp immer noch bei eins. Bram bei zwei. Jay bei drei. Nächste Runde. Drei, zwei, eins. Nö. Wuhu. Das sah irgendwie so gut aus. Sepp kann unter Brams Ding halt durchfahren, logischerweise. Sie sind ja gleich gut. Oh, 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 oh. Da war ich gerade aber fies in der Ecke. Ja, du kamst ein bisschen in die Ecke. Oh, Jay baitet in die Ecke. Jay versucht gerade Anlauf zu nehmen. Oh, er will in die Ecke. Der Kinn ist vorne. Der Kinn ist vorne bei Jay. Oh, jetzt passiert was. Oh, Mann, ey. Ja, Bram wird geflippt. Naja, ich kann nicht. Aber der steht wieder richtig rum. Jay ist jetzt auf Bram drauf. Uiuiui. Okay, ich fliege. Okay, ich hänge in der Decke drin. Ja, Jay hängt in der Arena. Sepp hängt in der Arena. Error. Ich bin rausgeflogen. Ich werde auf den Boden aufkommen. Okay. Dadurch verlebt Bram Leben. Weil Jay hängt in der Arena. Ich lande jetzt hinter Sepp. Hinter Sepps Zeichen sofort. Da ist Bram. Ich sehe dich. Oh, mein Gott. Da fliegt er. Gleich bin ich unten. Gleich. Kannst du mal Kaffee machen auf mich nach unten. Ich bin schon fast auf der Höhe der Bäume. Da fällt er. Und. Nee, yeah. Jetzt ist er boing. Ja, Jay muss mal neu connecten. Ich versuche mal, das zu retten hier. Das macht nämlich gerade, glaube ich, bad, bad Frames. Ja, das macht bad Frames. Alles super. Ja, immerhin. Wir müssen nichts neu bauen. Das heißt, potenziell können wir jetzt einer rausfliegen, denn Bram hat nur noch ein Leben. Sepp hat nur noch ein Leben. Jay hat aber noch drei. Guck mal, was passiert. Es wird auf jeden Fall einer rausfliegen. Wow. Und dann Leben verlieren. Das ist richtig. 3, 2, 1. Böp. Warte mal, bei mir bewegt sich keiner. Bei mir bewegt sich auch keiner. Jay ist bei mir gefahren. Ich bleib stehen. Und ich gehe zurück und starte das Spiel neu. Okay. Bei mir bewegt sich keiner. Nicht das Spiel neu starten, nur reconnecten. Ja. Okay, dann aber jetzt. Nächste Rolle. 3, 2, 1. Go. Wuhu. Wuhu. Jay bewegt sich bei mir nicht. Und bumm. Jetzt echt? Ja. Bei mir fährt nur Bram. Warte mal. Oh, jetzt ist mein Spiel gecrasht. Ja, Jay ist gerade auch. Jay hat dich auch berührt. Ja, du bist auch gegen Jay gefahren. Alter, und ich bin schon wieder in der Luft drin. Und Jay ist halt zum Mond geflogen. Alter, oh lol. Sepp, jetzt fahr nicht gegen die Wand. Nee, ich bin, ey, mein Spiel ist auch gecrasht. Oh lol, dein Auto fährt hier durch die Gegend. Nicht gegen Bram. Ey, kalt's auf. Boah. Mann, das war ein Block vor deinem Auto. Oh Mann, ey. Ich dachte, was fährt, seppte die ganze Zeit. Kannst du meins da wegstellen? Ich kann selbst nicht loslassen. Lösch das doch einfach. Ah, gute Idee. Boah, die Reflexe, Junge, habe ich reingetapft ins Spiel. Oh mein Gott, ich dachte mir auch gerade so, hä? Das ist jetzt nicht so gut, wenn ihr gegen die Wand fährt. Okay, also, wir haben es mal wieder geschafft. Ich glaube, wir sind immer noch bei 1, 1 und 3. Gut, nächste Runde. 3, 2, 1, 0. Was passiert jetzt? Ja, tage wie immer. Oh, sehr. Oh. What? Wow, was war das denn jetzt? Wie lebsch. Das war trocken. Das war echt trocken. Boah, das ist denn passiert? Ja, du hast mich weggebaunt und dann bin ich rausgekommen. Ich habe dich weggebaunt. Okay. Ja. Ja, habe ich wohl gemacht. Damit ist der Dritter vor heute. Dann konnten sie... Ich habe... Ich habe das gar nicht gemerkt. Und dann ist das heutige Finale zwischen Jay und Bram. Jay hat noch 3, Leben, Bram nur noch 1. Aber wir haben ja auch Mr. Random-Faktor dabei. Was? Vielleicht geht da ja noch was. Also, 3, 2, 1, Finale. Bei mir bewegt sich wieder nichts. Bei mir auch nicht. Okay, Finale zwischen Jay und Bram. 3, 2, 1, go. Attacke. Läuft. Und Jay hält ihm sogar die Backe hin. Was ist denn da los? Ich weiß, ob er da vor hat. Er ist halt die einzige Chance, die ich habe gegen dein Holz. Oh, jetzt wird geschoben. Aber dafür ist es braun nicht stark genug. Ich bin nicht mal stärker als der, weil der Spiel schwerer ist. Oh, jetzt fliegen bestimmt gleich wieder rein. Oh, das verklärt mal. Ich glaube, einfach in die Ecke gedreht zu werden ist, äh, fatal. Deswegen war das ganz gut, den Arm da wegzuholen. Mr. Random muss mir helfen. Komm. Komm. Alter, Junge. Oh, da geht es für Bram. Er ist viel stärker als ich. Nichts passiert. Oh, jetzt seid ihr ineinander. Nee, sind doch nicht. Bitte nicht. Alles gut, ihr habt kurz ineinander gebargt. Zum Glück wieder getrunken. Bam, Junge. Jetzt geht er. Okay seid ihr. Was? Das ist Mr. Random. Oh. Ihr seid beide. Ihr seid bei dem Boden noch. Ah, ich bin in der Luft. Also, was passiert ist? Jay drückt, haut Bram. Bram haut deswegen gegen die Wand und kommt aber wieder zurück gegen Jay und dann sind beide weggeflogen. Das ist nur mit Jay passiert bisher, oder? Wenn andere sich gecrashed haben, sind die immer gelandet. Wo seid ihr? Ja, ich bin wieder im blauen. Im babyblauen Bereich. Dann warten, ob ihr feilt oder neu connecten. Jo, geht. Okay. Gut. Gut, dann nächste Runde. Drei, zwei, eins, go. Yeay. Was macht Jayla? Ich weiß es nicht. Bram soll nicht mich hochhebeln. Ja, ich habe jetzt noch keine Chance gegen dein Holz. Ja, und ich versuche dann halt abzuwehren. Ich und mein Holz. Das hat viel Schalke als ich. Was muss man da nochmal sagen? Holzi, holzi, holzi. Nee, du musst da... Oh, Bram flieeeiig... Bitte was? ...und ist raus. Alles klar. Warte mal. Bei mir stehe ich... Bei mir stehe ich neben Jay in der Arena und ich sehe Okay, fertig. Dann die Wiederholung der Wiederholung. 3, 2, 1, go! So, hier. So, stirb. Nee, Bram hat sich aber hingestellt. Kann ja auch hier. Das sah mir nicht so sicher aus, Jay. Das solltest du vielleicht sein lassen. Na, Quatsch! Oh, das war auch ein süßer. Oh Gott! Okay, Bram ist noch in der Arena. Äh, ich nicht mehr. Und Jay fliegt da mit dem Süd. Zumindest sehe ich dich diesmal noch. Nee, nee, ich werde jetzt auch gleich landen. Ja, ich sehe dich. Also ich bin diesmal... Den Punkt kriegt Bram. Mein Auto wäre danach auch nicht mehr so fahrfähig gewesen. Und Boden. Wenn ich mich unter dir stehe. Äh, du liegst da am Kopf? Ja, also, aber bei mir hat sich alles hier drin verhakt. Ach, stimmt. Ich hätte nichts mehr gekonnt. Erster Matchball abgewehrt. Damit hat Jay nur noch, äh, zwei Leben. So, Christian, zähl an! Oh, was? Du bist wieder da. Alles klar. Dann, äh, Jay hat nur noch zwei Leben. Bram aber nur noch eins. Nächster Matchball für Jay. Guck mal. Drei, zwei, eins. Go! Yay! Düm, 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 düm. Oh, Bram hat sich einfach... Oh, Bram hat sich einfach... Oh, Bram hat sich wegsachen. Das war ja aber völlig crazy. Bram hat ihn einfach getrickst. Und dadurch hängen jetzt beide ineinander. Ja, das ist doch... Gut, was da noch fehlt. Gut, was da noch fehlt. Okay, ich habe nur noch... Ich sehe nur noch... Er ist raus. Ich habe keine Ahnung. Ihr seid einfach beide verschwunden. Das glaube ich. Und Bram ist vom Summer geflogen. Bram hat das Spiel verlassen. Wo Jay ist, weiß ich nicht. Okay. Das ist rock. Wir kommen zu dem unwahrscheinlichen Fall, dass ein Matchball für beide ist. Also es ist die letzte Runde. Beide haben nur noch ein Leben. Drei, zwei, eins, nö. Warte mal. Ihr fährt nicht... Du bist bei mir nicht aus... Du wirst bei mir aus... Du bist bei dir ausgemehr... Genau. Du sitzt gerade auf... Hast du eh gedrückt auszusehen. Bei Leertasten. Ja. Okay, go. 3, 2, 1, go. Da kommt Brian wieder an. Jetzt macht ihr den gleichen Trick wieder? Hallo? Das ist rechte Krann. Nä. Oh, scheiße. Ich glaube, die Seite kommt. Ob die Seite. Alter, Jay ist unter Bram gekommen, kann ich ihn jetzt schieben, oh Gott, was passiert mir denn jetzt gegen, naja, Bram konnte sich auch schieben, oh, da wird er weggeschüßt, oh, jetzt muss der Random God helfen, tut er auch tatsächlich, der Random God liebt mich, ja, du fuhlst nur ein bisschen in deiner Ecke rum, jetzt schießt du ja, super. Damit gewinnt Jay die heutige Folge vom Flubbi-Profi, äh, Autoschooler-Profi meint natürlich, oh, was habt ihr jetzt gehofft, die Wand ist explodiert, ja, ich bin in die Wand gemackt, holy shit, zweiter ist Bram, dritter ist Sepp, äh, für Peter klatsch ich heute mal in der Kielstelle wieder, und das war Profi für heute, ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt und wir sehen uns nächste Woche wieder, äh, wenn wir dann wieder Anacram machen, vielen Dank fürs Zuschauen und, äh, bis nächste Woche, tschüss, 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 tschüss.